Null Wind am Rammelsberg. Was für eine fabelhafte Aussicht hier. Ich höre jetzt die Brummel-Locks drinnen und jetzt heißt es schnell rennen. Willst du zuerst? Du guckst von oben. Na gut. Schau dir die Aussicht an. Voll toll. Und rennen wir an Weltmeister. Da kommt Dennis. Juhu. Die schönen Flüge am Abend. Was für eine ruhige Luft. Traumhaft. Ist das hier Pieps? 29 kmh. 530 Meter. Minus 9,5 Meter pro Sekunde. Oh, da kommt sie. Was für eine Aussicht. Heute ist die besonders schön. Heute ist die besonders schön. Wie geht's? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung. BR 2018 Wow. Beep. 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 Run, run, run! Toll, was ne zauberhafte Aussicht, ey. Ein Traum. Wow. Wow.